Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modding und naja es kommt noch mal ein bisschen was für die Dimensionen. Wir hatten es ja jetzt eigentlich fast fertig, aber wir wollen natürlich noch unsere Welt ein bisschen customisen, weil im Moment ist es einfach nur genau eine Kopie von der Overworld und das wollen wir natürlich nicht so haben und deswegen machen wir das jetzt etwas anders. In diesem Video werde ich jetzt euch erstmal zeigen, wie wir nur einen Biom hernehmen, im nächsten Video wahrscheinlich dann wie wir mehr auch hernehmen können, beziehungsweise das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt überhaupt zeige, weil das eigentlich nicht besonders schwer ist. Da muss halt dann nur mehrere Biome in eine Liste eintragen und naja, dann schauen wir uns das erstmal an. Also wir haben ja unsere Biom hier schon erstellt, Biom und Biom-ID, da haben wir hier das Biom-ID schon zugewiesen, hier müssen wir unter das Biom machen, machen wir Biom-ID ist gleich, New, Biom und dann machen wir Biom, wie nennen wir denn das, wollen wir das, machen wir das Dim, ach dann nennen wir es einfach Biom-Dim. Wir haben jetzt sehr kreative Namen natürlich hier irgendwie immer, Create, das machen wir einfach mal ins Package World rein. So, Extents Biom-Base, wir wollen nur den Konstrukt erstmal haben. Die ID lassen wir hier übergeben am besten. Das Biom habe ich ja schon mal gezeigt, also das sollte jetzt nichts Neues für euch sein. Und wenn schon, dann schaut euch einfach das Video an. Sucht einfach in der Playlist, die ist immer in der Beschreibung verlinkt. Beim ID übergeben wir hier. So, und jetzt müssen wir das noch registrieren, das machen wir hier vor. Da machen wir Biom-Manager.register, okay nicht, register, ich glaube, add, dann war es add Biom, stimmt. Add Biom, da müssen wir einen Biom-Type angeben. Biom-Type. Können wir jetzt cool, desert, icy, warm nehmen. Wir nehmen einfach mal warm. Dann machen wir einen neuen Entry, new, Biom-Entry. Da müssen wir jetzt die Biom-Klasse angeben, beziehungsweise unsere Variable einfach. Und die White, das ist die Häufigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die genau macht. Wir setzen einfach mal das auf 8, weil das hatte ich auch in meinem Video da. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Häufigkeit, wie das Biom vorkommt. Nur ich weiß nicht mehr, wenn man es höher setzt, ob es dann häufiger oder weniger häufig ist. Das kann ich jetzt leider nicht mehr genau sagen. Mal schauen, wo wir hinkommen. Nein, wird Item-Moid. Das ist irgendwas hier, White at Random. Ich weiß es echt nicht. Also ich setze es jetzt einfach mal auf 8. Ihr könnt es ja mal testen, wann es häufiger und wann es weniger häufig vorkommt. Beziehungsweise, wenn wir nur ein Biom vorhernehmen, dann ist das eh scheißegal. Und mir fällt gerade auf, warum machen wir das überhaupt? Warum registrieren wir ein Biom, was wir gar nicht haben wollen? Obwohl, halt ich vollidiot. Ja gut, man kann natürlich auch dumm sein, weil wir müssen das ja gar nicht hier registrieren, weil wir wollen das ja nicht in der Overworld haben, sondern in unserer eigenen Dimension. Deshalb, äh, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Ich werde es wahrscheinlich eh rauscutten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann seht ihr, wie ich blöd faile. Aber egal. So, machen wir weiter. Ähm, dann können wir hier im Biom ein bisschen was verändern. Ähm, was wollen wir denn hier so verändern? Machen wir hier, ja, dis. Was wollen wir denn hier so machen? Also, erst dann den Biom-Namen setzen. Ist gleich, beziehungsweise gibt es dann eine Methode wahrscheinlich schon. Ja, gibt das natürlich. Wir müssen ja nicht die Viom umsetzen. Nehmen wir einfach die Methode. Wollen wir das Biom denn nennen? Nennen wir das einfach mal tut. Ja, tut das dumm. Dimension Biom. So, was wollen wir denn da noch dran ändern? Ich würde sagen, wir ändern, äh, get, ähm, sky color by temp machen wir. Wir wollen nämlich eine andere sky color haben. Das könnten wir theoretisch auch in, obwohl, nee, lassen wir das erstmal. Das können wir nämlich theoretisch noch in, ähm, in unserer Dimension ändern. Ähm, was machen wir denn noch? Hier machen wir dis.set, filler, log, metadata, nee. Und, oh man, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Teile hießen. Ich glaube, filler-Blog einfach. Weil hier kann man nur die Metadaten setzen. Ich möchte filler-Blog. Ist gleich, äh, blocks.dot. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal einfach hier Obsidian. Und dann nehmen wir als Top-Blog nämlich unseren schönen blauen Obsidian. Ach, da musst du neue Block-State. Und get default state natürlich dann. Dis.top-Blog. Ich hoffe, das funktioniert, weil früher ging das nämlich immer nicht, dass man irgendwie um eigene Blöcke hernehmen konnte. Auf jeden Fall nicht so mit diesem Top- und Filler-Blog. Ich hoffe einfach mal, dass das geht. Wir werden es ja mal dann testen. So, ähm, Dim Main. Oh Gott, ich bin so durcheinander irgendwie ein bisschen mit Forge, weil, naja, verrate ich noch nichts dazu. Aber ich bin gerade etwas an was anderen Programmieren und deshalb kommt man da relativ schnell raus, wenn man Forge länger mal nicht macht. Aber ich verrate jetzt euch dazu nicht besonders viel. Ähm, das war Stone oder ja. Das ist schon mal gerade so vor. Alles voller Portale setzen, wenn vielleicht ein bisschen unpraktisch. Stimmt, dass wir auch noch get default state natürlich. So, ähm, das Biom könnt ihr natürlich dann customisieren, wie ihr wollt. Ich stelle es da nicht mehr viel ein. Einfach, äh, weil das für mich jetzt nicht so nötig ist. Ihr könnt es natürlich gerne einstellen, wie ihr wollt. Gut, ich lasse das jetzt einfach mal so. Und, äh, ja, jetzt, ähm, kommt das auf den, dem World Provider an. Weil hier können wir alle Sachen umsetzen. Wir können uns jetzt mal hier den World Help Provider hernehmen, weil da ist auch nur ein Biom drinnen und dann müssen wir das nämlich nicht alles neu schreiben. Können wir mal hier reingehen. Ah, okay. Äh, das mag, äh, Eclipse nicht so. Wir kopieren das hier rein oder schreiben lassen. Wir drücken Steuerung und klicken dann drauf. Wenn es bei euch nicht geht, dann müsst ihr halt die Klassen so suchen oder es halt selber schreiben. Und, äh, hier machen wir das nämlich hier. Wir brauchen, müssen auch keinen eigenen, äh, World Chunk Manager schreiben. Beziehungsweise vielleicht wäre das sogar praktisch. Ich weiß nämlich gerade nicht ganz, was die hier, ne, müssen wir gar nicht, sehr gut. Ähm, das ist relativ praktisch, weil da müssen wir nicht alles neu schreiben. Wir gehen jetzt, äh, machen hier uns die Methode, ähm, machen wir hier hin. Register World Chunk Manager. Und, äh, wenn wir in die Server gehen, wird hier nämlich ein, ähm, wird der sich hier geholt, okay, ne. Das brauchen wir nicht. Wir müssen den ein bisschen eigenschreiben, also. Machen wir die erstmal Public. So, können wir jetzt hier reinschauen. Ähm, da wird der World Chunk Manager auf einen neuen World Chunk Manager hell gesetzt. Es gibt nämlich auch den World Chunk Manager, ähm, ähm, O-World oder, ähm, ja, O-World wahrscheinlich. Ähm, Biom Gen Base und dann können wir uns hier unser Biom raussuchen. Was wollen wir denn für ein Biom haben? Wir wollen unser eigenes Biom haben, dann holen wir uns den Main. Okay. Drück halt mal Doppeltaste. Ähm, Punkt Biom. Und dann, äh, müssen wir hier, was muss man da übergeben? Float, äh, den Rainfall, ob es regnen soll oder nicht. Äh, das lassen wir mal auf 0. So, wie wir es hier haben. Und, äh, wir können das hier durch auch mal nachschauen. World Chunk Manager. Da gibt es nämlich hier auch noch einen. So einen. Und das ist nämlich der für alle anderen Biome. Hier, äh, kann man nämlich da mehrere Biome angeben. Hier kann man dann nämlich, ähm, beziehungsweise nicht hier. Äh, ne, da müsste man sich dann einen eigenen schreiben. Weil man hier, glaube ich, nicht, äh, die Biome angeben kann. Ja, da müsste man sich, glaube ich, wirklich einen eigenen schreiben. Wenn man mehrere Biome drin haben. Beziehungsweise Get Biomes for Generation. Ne, braucht man doch nicht anscheinend. Das, äh, muss ich mal genau nachschauen. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Also, wenn ihr das wollt, dann, äh, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder so. Äh, Hell World natürlich nicht. Has No Sky wollen wir auch nicht haben. Dimension ID können wir nochmal setzen. Ist aber eigentlich schon gesetzt. Also machen wir hier noch dieses Punkt. Äh, Dimension ID ist gleich, ähm, Dim Main Punkt. Dimension ID. So, was wollen wir noch machen? Wir können uns hier mal so durchgehen. Wir können den Fork Color ändern. Wir können hier Fork hinzufügen. Das machen wir auch einfach mal. Um es euch zu zeigen. So. Hier müssten wir einen neuen Backtüfer geben. Der, ähm, hier, den, die Color beschreibt. Wir lassen das jetzt einfach mal so wie im Nether. Beziehungsweise wir ändern mal ein bisschen was um. Also einfach mal auf 0 hier auf 5. Mal schauen, ob sich was tut. Ich, ähm, hab's nicht ausprobiert, genau wie das sich verändert. Beziehungsweise die Zahlen werden als Vektor angegeben. Das ist etwas komplizierter jetzt, äh, herauszufinden, was es genau ist. Äh, ist Surface World. Können wir auf Vault setzen. Wir können hier noch, ähm, ähm, Okay, dann können wir die Koordinaten angeben, wo er spawnen soll. Hier können wir noch die Surface World angeben. Äh, hier können wir noch den Chunk, ähm, Provider machen. Der ist relativ wichtig noch. Ja, wenn wir den nicht umsetzen, dann haben wir nämlich den Default Chunk Provider. Aber, ähm, ich werde den jetzt auch nicht umsetzen, weil ihr seht, Uff, hier ist einiges drin. Das ist nämlich das, äh, was hier ziemlich viel umgeändert wird. Hier wird zum Beispiel dann Strongholds oder, äh, Nether Fortresses generiert oder was auch immer. Ähm, das setzen wir einfach mal nicht um. Deshalb machen wir das nicht. Dann werde ich vielleicht auch mal zeigen. Der ist nämlich etwas aufwendiger. Was du schreiben, ihr seht, da ist einiges drinnen. In der Overworld, ähm, im Overworld Chunk, ähm, Provider ist noch mehr drinnen. Also, das ist einiges. Dann, ähm, können wir noch hier Chunk Respawn, äh, kann Respawn hier machen. Dann, äh, kann man hier nicht respawnen. Also, wenn man stirbt, dann, äh, Spawn kann der Overworld und nicht in dieser Welt. Machen wir einfach mal rein. Ähm, hier können wir noch machen, das, äh, X, Z, Show Fork. Können wir auch machen. Äh, dann, äh, können wir den Fork wieder hinzufügen. Beziehungsweise, dann wird er angezeigt. Ähm, machen wir das mal hier. So, ähm, World Border können wir hier auch setzen. Wenn wir das wollen. Wollen wir mal einen kleinen World Border machen? Komm, das machen wir einfach mal. Dann, äh, können wir das hier auch noch testen. Ähm, ähm, ach, nee, das macht er, glaube ich, ähm, durch 8. Äh, das macht was anderes, glaube ich. Egal, lassen wir es einfach mal weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das macht. Es sind nämlich einige Sachen neu hinzugekommen, die ich noch gar nicht kannte. Also, ähm, hier sind wir auf jeden Fall einigermaßen fertig, wenn wir jetzt natürlich noch was ändern wollen. Wir können jetzt noch unseren, ähm, Biom ändern. Nämlich, dass, äh, die Wasserfarbe und die Sky Color, weil die können wir anscheinend hier doch nicht drin ändern. Beziehungsweise könnten wir, glaube ich, sogar, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie solltest du eine Sky Color... Ja, get Sky Color. Stimmt, get Sky Color geht. Ähm, und dann müssen wir wieder einen Vector returnen. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie man den Vector da beschreibt, also, was man da genau ändern muss, um die Farbe rauszubekommen. Hier kann man nicht einfach mal Farbcode angeben, ähm, get Sky Color by Temp. Können wir hier einfach einen Integer als Farbcolor returnen. Da gehen wir dann einfach mal schnell auf eine Seite, die ich euch gleich zeige. Okay, erstmal machen wir hier Default 0. Boah, was merkt er da rum? Ach, weil hier noch der Float dran war. Float Temp. So. So, ich habe mir jetzt hier mal einen rausgesucht. RGB Int und RGB Hex. So, einen kleinen Converter. Hier ist der Link, ähm, werde ich wahrscheinlich auch in die Beschreibung packen, wenn ich es nicht vergesse. Okay, ich vergesse es eh immer, also. Ja, weiß ich nicht. Wir machen jetzt einfach mal, was wollen wir denn? Wollen wir, machen wir erstmal einen roten Himmel, oder? Wollen wir einen roten Himmel haben? Ja, machen wir, oder? Also, machen wir rot relativ hoch, machen wir das einfach mal auf 200. Green machen wir eher wenig, so vielleicht 10. Und blue machen wir. Ja, lila ist auch ganz cool. Machen wir es auch auf 50. Dann, äh, evaluate. Und dann bekommen wir hier den Integer raus. Den kopieren wir uns jetzt einfach und tragen den hier ein. Wir können hier theoretisch auch einen Hexcode angeben. Okay. Kopiere ich den hier halt einfach mal nicht. Kopieren. Einfügen. So, so ist das natürlich schön. Und dann gibt es ja auch noch, äh, Get Water Color. Get Water Color Multiplier. Da können wir jetzt natürlich das WhatsApp noch einfärben. Das machen wir jetzt einfach mal genauso wie hier. Weil, wenn wir hier reingehen in diese Methode, dann holt sich der nämlich das hier von... Ja, nee. Der holt sich das dann von irgendwelchen anderen Sachen. Äh, okay. Na gut. Alter, wo, woher holt denn sich der das alles? Okay. Aber ich möchte gar nicht wissen, woher. Ähm, der wird irgendwo anscheinend festgelegt, oder, ähm, ja, der wird wahrscheinlich vom Biom immer berechnet, neu. So, machen wir hier Return. Das. Und, äh, dann könnten wir theoretisch auch schon mal starten. Wären wir jetzt auch. Und, naja, man sieht sich dann gleich in Minecraft. Okay. Es gibt noch den, äh, Fehler, dass man den Block anscheinend nicht hernehmen kann. Haben wir des Bioms vielleicht. Ja. Okay, ich sag nichts. Ihr seht wahrscheinlich schon den Fehler. Wir müssen es nämlich unter die Blöcke machen. Die müssen erst initialisiert werden. Und dann können wir die hernehmen. Okay, war mein Fail. Sorry, tut mir leid. Wir schauen es noch mal gleich. Jetzt soll das eigentlich gehen. Jo, jetzt geht es auch. So, dann kreieren wir uns mal schnell eine neue Welt. So. Minicraft sind wir auch ingame. Oh, gleich mal ein Dschungel mit einem Schönen Biom. Oh Gott, warum leckt das dann so? Komm, wir brauchen nicht so viele Chancen. Jetzt machen wir das so. Ja, passt da alles auch. Ähm, dann holen wir uns mal schnell natürlich unser, äh, Portalblock. Okay, kann ich mal da draufklicken. Den können wir dann natürlich auch aus dem Creative Tab Inventar removen, wenn wir den nicht haben wollen. Beziehungsweise das Portal soll natürlich da nicht drin sein. Macht wenig Sinn. Ich habe das halt noch drinnen, weil ich keine Lust hatte, das zu entfernen. Und wir müssen die Minecraft-Sounds leiser stellen. Alter, bin ich so blöd, um ein Portal zu bauen. Anscheinend. So. Dann werden wir uns mal in unsere Dimension verpissen. So, Downloading-Terrain. Und, äh, wir sind schon draußen. Ihr seht. Okay. Kann man mal machen. Ihr seht, äh, ja gut, ähm, sehr geile Dimensionen. Natürlich ist hier drunter jetzt noch Stein und das wird wie eine Overworld generiert, weil wir den Chunk Provider nicht umgeändert haben. Wenn wir den umändern würden, dann sähe das natürlich anders aus. Hier spawnen natürlich auch noch Chicken und so. Das haben wir nicht ausgemacht und so. Aber ihr seht. Oh shit. Also wir haben den, äh, Fork ein bisschen zu, äh, Feel eingestellt. Ähm, den kann man auch hier gar nicht ausschneiden. Das geht nämlich nur mit Optifine. Ja, gut, ähm, jetzt brauchen wir hier noch Water mal schnell. Water Bucket. Warte, hier gehen meine ganzen Hotkeys nicht. Okay. Als ob. Als ob wir das Wasser ernsthaft so schön lila eingefärbt haben. Ja gut, also ihr seht schon, sieht relativ, äh, gut aus. Ihr seht, der Fork ist auch extremst, Alter. Komm. Ja, man sieht den Himmel gar nicht, weil der Fork zu dicht ist. Das ist natürlich auch praktisch. TP mich mal ein bisschen nach oben. Mal schauen, ob wir da was sehen. Ne, jetzt auch immer, der Fork wird nämlich irgendwie höher gerendert als die Blockhöhe. Deshalb sehen wir da auch nichts. Also, ihr seht, es funktioniert. Wir können da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr einstellen, weil so ist das natürlich doof. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich mal im nächsten Video schauen, ob ich dann mehrere Biome in einem hinbekomme. Sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Und, naja, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin und ciao.